Warum steht ihr hier alle nur so hier rum und guckt euch an? Ich will mich eigentlich da rum hinsetzen. Desks. So bei meinen eigenen Gegnern. Das ist doch wieder hier. Muss ich doch nicht. Wir müssen jemanden töten. Steht doch da. Sieht schon wieder sehr gut aus, was ich hier mache. Ja, was? Ja, Daniel. Siehst du schon wieder raus? Nee. Was mache ich gerade bei dir? Ja, du hast einen Schwenken an den Grenzen. Na, sehr gut. Ja, und ich bin auf irgendjemanden losgesprungen. Aber das hat irgendwie nicht so geklappt. Ja, super. Jetzt bist du mir echt voraus, ey. Ja, du hast den Rest, oder? Dann kannst du dir deine Rüste schmieren. Boah, da hast du den Grenzen natürlich auch. Ich habe diese Geräusche, wie so ein Monster. Bei dieser Majestätischen Kreaturen. Ich glaube, ich habe die Mutter von Babi auch so geschrien, halt. Ich glaube nicht, dass der Rehe solche Geräusche machen, ganz ehrlich. Ich habe zwar nur die Geräusche in der Natur gesehen, aber ich glaube, dass der Schmetterling auch solche Laute macht. Was anders sorgt au denn? Das Flamma hat bei jemandem die zu Defense haben vergesprungen. Mike? Hör richtig, du musst da doch hin und willst du denn schon wieder hin. Mööööööööö. Hann nicht doch das Feuer da halten, was da geht, ne El Flamado. Er wird einfach in das Schritte. F Woman? Ha ha, bin ich nemmär... Ich nutze dich solo fertig mal mit mir, äh, in 1969. Ich wollte er mir nach Hause nehmen. Die 먹어's. Was ist ein Buch. Du schnuchst, der Stammt war scheiße. Ja, du brauchst einen Zauberstammt mit Feuer zu machen, den gibt doch Feuersteller oder Streichhölzer. Magiest du den Arsch? Ja, ok, prägen sie ja, weck mich. Copyright Verletzung würde ich das nennen. Ich verklag dich dafür. So an mich? Wenn du den wenigsten Widerstand bleibst, ist was verdient. Gott, ich kann Bethesda verklarten. Ich fühle mich über so einen Jungen, der im Ghetto-Lead verklebt. Alter, was hast du da schon? Ob du was? Ich sehe einfach die Fliegelung von dem Feuer in deinem Gesicht geben. Ja, genau! Nichts! Wie das leuchtet! Der Gesichtsausdruck sagt einfach nur so, so schön, boah! Was ist das denn, Schild? Ich werde jetzt ausscheiden, wenn man so nicht in die Fliegelung kommt. Ich finde ja, wir kriegen ja ganz fest, dass wir da spielen. Nee. Er hat mir ja jetzt mal gekannt hier. Er weiß, von ihm dann geht's nur noch berg an. Ja. Ich würde mich da, Alter, da neben Kanon zu fahren. Ja. Bei dir ist es schon ein paar tiefer gegangen. Ja. Ja. Das ist gar nicht so eine schlechte Idee. Was wollen die machen, ey? Selbst dann schimpfen die nicht raus, ey. Warum benehmen sie sie so bittig, oder? Das ist Teil meines Schamens. Ja, einfach dein vollgespittenes Teil, damit er sich einfach so sehr viel los macht. Warum benehmen sie dich so, dann spuck ich dir ins Gesicht. Oh, was? Ach, Mann. Ach, Mann. Mein Gott. Die Karte. hier sind wir irgendwie sind die blauen ja mit dem hab ich schon mal geredet ok willkommen im krieg, das war sowas von gut aufgehoben ich nehme an ja 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 zwei fertige als unterhalten ein zweimal sturmangriff das ist sturmangriff einfach irgendwas müssen wir irgendwie nach rechts oder so müssen wir erst mal hier raus aus der festung ja ich suche gerade einen ausgang was ist denn der ist da vorne, der ist hier das große tor, das nach draußen führt sehe ich gleich einfach nur von so einem pfeil irgendwie ich sehe die bock, ich habe sichtkontakt was ist aber los ja ich sehe gar nichts da gerade, doch da sind spieler, da wird gekämpft was ist das gelbe da? eine mine oder sowas das passt die nicht an hier geht's ja, ich weiß nicht, aber hier muss man eigentlich Verlagerungstümmern zu bauen, ey also Gegner oh Gott, da kommen welche da weg ich habe den stein entgegen geschleudert vielleicht mit einem fernkampf ich habe einen, ich habe einen warum bin ich jetzt mal die ganze Zeit am glitschen, ey ich bin am glitschen, ich halte die ganze Zeit mein schwer über meinen Kopf vielleicht bin ich jetzt wieder raus, ey du bewegt sich da doch noch pfeil und bogen oh, die meisten greifen die mit pfeil und bogen gibt warte, ich habe nichts oh, hier wurde gerade aufgebaut ja, du? ja jetzt geht da rein, da ist ein Katapult, ziel damit auf irgendwas die Burk, die müssen die Tür kaputt machen da kommen welche von links da ist einer wir verfolgen hier so ein wer wollte, ich weiß wer wollte Hilfe, ah Gott, ich bin tot wiederbelebungsort ok du wartest, bis sich irgendeiner wiederbelebt ja, natürlich gebraucht aber irgendjemand einen Seenstein für 200 oder wir sind irgendwie nur Gegner, wo ich bin ich bin geflüchtet ich weiß, ich komme da gerade an, kommt direkt alle auf mich zu, ey ich helfe mich immer noch wir sind da ich bin der, der dir entgegen gerannt kommt da ist ein scheiß mehr da ist auch keiner mehr hinter dir da sind welche sich am Klocken kommt da sind die ganze Zeit so kreise bei dir ich schieße mit ihren Katapulten die ganze Zeit auf ich schieße mit ihren Katapulten die ganze Zeit auf ich habe es auch können ja auch immer so weit schießen ach Gott, ich komme mir vor mir ich glaube ich habe ihn getötet in NPC aber nur ja, die wird nur verteidigen los geht auf das Tor los ja, ich? ja, alle die verteidigen ist auch vorne, ey ja, warum kriegt man dadurch kein Schaden ja, warum kriegt man dadurch kein Schaden ja, warum kriegt man dadurch kein Schaden von mir rein ja, wie ist denn komm, wir haben das Ding her ja, woher Untertitelung des ZDF, 2020